Servus Leute, willkommen beim Nageria App Check. Ich bin der Renton. Du bist der Raven King. Der Raven King. Und wir hatten schon mal aufgenommen und haben gedacht, wir hatten keinen Ton. Und der Raven King hat einen Fisch nachgemacht. Ich bitte dich, das zu wiederholen. So sieht es nämlich aus. Und wir spielen ein Spiel, das sich die Layla gewünscht hat. Und zwar Fish Out of Water. Und testen diese App ganz kurz, um uns das mal anzuschauen. Das Ganze ist von Half Brick. Alter, das ist mal feucht dran. Das ist nicht jugendfrei, aber wie ist das Spiel? Weiß nicht. Welcome to Fish Out of Water. My name is Oscar and I'm here to help you out. Nimm den nicht. Der hat Krebs. Der hat Krebs. It looks like the weather might change soon. So we better get started. Das sind die Fische. Ah, kannst du ihn jetzt raus sehen, oder? Wo ist der Olympus? Olympus ist weg. Ah, nee, da ist er. Das ist ein Stück Toast. Okay, wir müssen die Fische nehmen. Und sie wegschleudern. Das ist aber ein Delfin, das ist kein Fisch. So. Und der ist wohl direkt wieder aufgekommen, alles klar. Ah, einfach. Ah, du hast noch einen Boost, den du nicht bekommst. Au. Au, au, au. Der hört gar nicht mehr auf. Okay. Das ist Fische-Weitwurf. Beziehungsweise Meeres-Säugetiere-Weitwurf. Ah, okay, okay. Und zwar skippen die so. Ja, also wie ein Städt. Dapp, dapp, dapp. Und ich geh gerade mal ein Stück hierher. Und jeder Fisch macht das Anderste. Also wenn du das Schritt für Schritt machst, ist das Dapp, dapp, dapp. Dapp, dapp, dapp. Dapp, 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 dapp. Dapp, 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 dapp. Dapp, dapp, dapp. Aber irgendwie lassen die sich... Wow. Komisch schmeißen. Auf den Eid. Der Ball geht, ja. Der hat die richtig Form, ne? Der hat die super Form. Aber ich hab keinen Boost mehr. Ah, jetzt hab ich wieder Boost. Gut, 110. Ach, der zählt das alles zusammen auch noch, okay. Der E-Roll. Ach, der muss zuerst raus, oder was? Wieder mit der E-Roll macht. Ah, jetzt kannst du schon Boost, gell, ein bisschen. Ja. Ja. Ich würd sagen, Spitzerei, ne? Der E-Roll ist... Spitzerei, der... Der ist super. Oh, jetzt wird er aber traurig geguckt, hä? Der ist echt niedlich. Ah, okay. Die können wir Bewertung und du hast drei, vier... Die Mexikaner Kraft gibt's da bloß zwei Punkte. Jetzt gebe ich mir nur zwei, hä? Jetzt war doch noch mal mehr in Italiener, oder? Oh, ja, Südländer. Doch, ja. Okay, also, äh... Wenn Hammer noch nicht cutte, der rote. Na, jetzt gebe zwei, so. Ich gebe zwei Punkte. Der rote, rote. Noch ein Stück mehr, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ah, siehst du, hast auch so Missionen nebenher. Ich habe jetzt so wie Achievement Krieg oder Trophy oder sowas. Jetzt nennen wir den Brothers. Achso, geht das jetzt so... Wow, unendlich weiter, oder wie? Oh. Oh. Ja, der ist so klein. Aber dafür fliegt er leicht. Ah, Weather Changes gibt's auch noch. Okay. Ah, er muss dann flach fliegen, besser. Dann war der Olympus. Oh, cool. Ich finde es aber cool. Ist eigentlich auch schlau, wenn man den Bus direkt nimmt, ne? Ich weiß nicht. Weil man weiß nie, wann das nächste kommt. Achso, du meinst direkt beim Eis sammeln, ne? Ja, das denke ich schon. Oh, war... Oh, ne? Nicht schlecht. Rocket may come off as confident, but he really just wants to fit in. Okay. Ich sehe da jetzt aber... Ah, es gibt verschiedene Goals hier. Okay, aber es gibt kein Level an sich, oder? Also das ist jetzt einfach schmeißen, wenn man will. Oder machst du jetzt die Reihe um? Ja, ich habe... Ewa habe ich Reihe umgemacht. Auf jeden Fall niedlich. Und ich denke, ich fand all das Wege vorhin, ne? Was, was, was? Throw five fish, five to go. Okay, also du kriegst so Missionen nebenher. Das heißt, du hast schon einen kleinen Langzeitfaktor anscheinend, immer wieder mal reinzugucken. Das ist also nicht irgendwie einfach nur, ähm... Das ist nicht einfach nur... Wow, 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 wow. Fische schmeißen, sondern du hast da noch ein paar Missionen dabei. Und an sich ist es echt cool gemacht. Wobei ich mir vorstellen kann, dass es auf dem Handy fast noch cooler ist. Wird auf dem Tablet, aber es ist echt in Ordnung. ich probiere noch mal eine kleine weil ich vorhin sage, ich wollte wow ach was für Kinder also für jüngere Kinder ja definitiv da wird nichts gefressen, da wird nichts kaputt gemacht nur bin ich halt mal gespannt mit mit Abwechslung, also das Wetter ist ja ganz nett also du scheinst hier Kostüme freischalten zu können durch Kristalle die du huscht, ja, ok so was ist das jetzt mhm, ah jetzt muss ich nach Basso blue charm wow, 20 Skips zum nächsten Wurf ok, das wie setzt sich das jetzt ein, ach der Boost ist schon da du kriegst dann hier, kannst du auch boosten ist das jetzt permanent? nein, nur für Entwurf ok ah, siehst, unten links hast du auch hier get more, da wirst du dann kaufen können gucken wir mal also der Spielbildschirm ist auch direkt der Titelbildschirm also die Auswahl Menübildschirm genau, ja gibt's wohl keine Unterschiede ich weiß jetzt nur nicht, wie ich wieder zurückkomme ah, alles klar wie der guckt ja, das lässt und mit der Erben�haft warte, 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 warte warte, warte warte, 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 warte warte, warte ... warte, 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 warte Làdd dich schon weiter Plus 20 das macht dann die Wertung wohl besser am Schluss nehme ich mal an ja wobei okay die die wertung ist jetzt unabhängig von der weite wie ich das sehe denkst du warst jetzt nicht gerade weit mit dem das sind auch anderen level gut na ich glaube das sind einfach bilder oder ich habe jetzt nicht aufgefasst was er gesagt hat ach so also steht reach level 2 der ist richtig cool der gefällt mir hat ich muss mal boost kriege ich ja ja das war jetzt nichts 25 skips ist doch super bis jetzt ist eigentlich der ball am besten ah genau das hat mir die die leila erzählt und zwar fliegt im hintergrund flugzeug mit werbung das heißt werbung wird nicht eingeblendet so sondern die fliegt im hintergrund das ist eigentlich finde ich das ganz cool da ist ein brief da ist noch ein brief dabei wo werbung drin ist okay also man kann entscheiden ob man die werbung von der post her lese will der ball ist einfach unschlagbar und er hat spaß ja ja ich fliege ich bin ein wunderschöner spätseling was mich mal interessiert die uhrzeit ist wirklich die aktuelle uhrzeit also wären jetzt wirklich zehn nach sechs und erscheint wetter fly through the ring erscheint wetter zu ändern nach der uhrzeit so ist es die froh wo der ador werden gewesen ich glaube er geht noch das gibt's und die meter das war zusammen genommen und dann er hat sich das hat sich fast so wenn ich die hose von wegen werbung wird nur ingame irgendwie jetzt habe ich natürlich auch geklickt ist ja logo also du musst du musst außen wasser raus holen und dann von links noch rechts schmeißen war schmeißer genau also und dann schnell halt ja super einfach drauf drücke irgendwo ja das war ja ein super wurfe du musst bloß noch ein paar aufsammeln sammeln doch du bist ja schon so dicken dann sammeln da nix genau so genau der rock geht kann man flach achten da durch der wachschaft wer bs guckt wenn du alles kommt gerade wahrscheinlich waren es die 333 bei drei kommt die wertung jetzt haben wir level 2 jetzt klicken auf das buch ohne arbeit large mixed crystals jetzt kannst du dann und jetzt kannst du nur auf die treasure chest geht und kann es jetzt passende einsätze genau dieses dieses kraft so stand es vorhin durch jetzt ist 75 meter krieg dazu zum nächsten wurf super okay dann nämlich schwer waren auch der war nicht ganz gut grün die sind alle irgendwie in der form nachteile ich weiß nicht ob das doch gut war okay das war hoch aber der hammer ok so leider war schon leaderboards eintragen können aufs buch bitte ohne ja das sind einfach nur bilder alles klar dann macht noch er rei und dann würde ich sagen haben wir eigentlich das grundlegende prinzip von diesem spiel schon gezeigt es ist halt das spiel mit verschiedenen missionen ähnlich wie das habe ich verkackt ja ähnlich wie jetpack joyride wo wir auch einen app check von hatten den ich aber gelöscht habe warum auch immer das war sehr dumm stimmt ja ja dann haben wir verloren aber junge heißt mein schrank mit kaputt aber ihr seht der raven king ist in runde 2 und ich denke da könnte es bis morgen spielen also was mir auch gefällt die runde sind relativ kurz sprich das ist dann halt auch wirklich so ein app spiel was du mal an an bus haltestellen oder sowas spielen kannst das ist echt nicht schlecht willst du noch ein rund dranhängen ja ich mach mal ein rund ja es ist 10er suchtsfaktor da es macht schon spaß wirchsel suchtsfaktor ist auf jeden fall da warte ich muss mich besser nehm jetzt den mir go mikro 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 ist der einfach du musst du ja genau so du musst du musst glaube ich einsetzen wenn es in die höhe geht perfekt eingesetzt und nun die wahre in die höhe und lasst uns verheuchtein fisch fisch meeresäugetiere assozial du darfst du warte der viel letzte hochwerfer habe ich schon gemerkt weil er dann so weit runter geht und auf dem meeresgrund hängen bleibt ne genau nehm ich denn auch der olympus das süße der ist noch ein bisschen unbeständig wieder höher aber ich find's cool dass jeder so ein bisschen sein vorher Nachteile hat jeder so eigentlich Physik und es ist ja an sich auch goldig gemacht das einzige was wir hätten machen können zumindest mal länger wär ein bisschen Musik im Hintergrund Musik und vielleicht auch mal wirklich anders aussehendes Level aber ich weiß ja nicht ob sowas vielleicht doch noch kommt ich glaub nicht ich glaub das sieht immer so aus das Wetter ändert sich halt das war's dann wenn ihr wisst ob sich das Level ändert sagt uns bitte Bescheid falls ihr es länger gespielt habt und schauen wir uns noch die Wertung an Groovy Groovy okay Leute ich bedanke mich fürs Zuschauen du dich wahrscheinlich auch ne wahrscheinlich wahrscheinlich und ja also von mir persönlich würde ich sagen könnt ihr euch runterladen ist ja kostenlos genau ich gerne mal einen runterladen genau ich gerne mal einen runterladen äh gute App danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Appcheck ciao tschüss hey Leute da sind wir wieder äh in Echtzeit eine Woche später nach unserem Appcheck von Fish Out of Water und ich bin der Renton er ist der Raven King das wissen wir schon weil das hin und dran kommt ähm die Lila hat mir gesagt nachdem ich ihr das Video vorher schon gezeigt hab dass wir einiges vergessen haben beim Appcheck von Fish Out of Water und das wollte ich jetzt gerade mal noch kurz demonstrieren damit unser Appcheck auch komplett ist genau dass wir auch nichts vergessen da hin und vielen Dank für die Hinweise äh ich hab die App jetzt mal auf Deutsch gestellt übrigens und jetzt müsste der jetzt ist der Ton da ähm und zwar folgendes du siehst die Krabbel links jo da haben wir noch einmal ein ganzes Menü und zwar einmal der Shop ah ne änder ich die Farbe scheißte Arm ich nehme Krabbel so das geile ist ich komme aus diesem Shop ah stimmt das hat sie auch gesagt in der deutschen Version ist abbrechen neu versuchen ok warum auch immer ok du hast hier die Erfolge die du freischalten kannst diese Trophies mhm gibt es auch nochmal welche gut liegen da kannst du dann gucken wie online das Zeug ist also kannst du nicht hinlegen sondern da gibt es liegen genau dann hast du nochmal Optionen klar es ist neu versuchen gut mitwirkende ne das war es jetzt erst einmal mhm soweit so gut alles klar dann spielen wir jetzt mal eine Runde yeah ähm wenn du am Anfang kein Boost einsetzt und du Boost einsammelst wird dein Boost Meter insgesamt größer aha ist auch nochmal ganz interessant zu wissen ah ja so wer haben wir noch den und jeder Fisch hat besondere Eigenschaften der hier zum Beispiel macht äh extrem viel mehr Hüpfer siehst du bevor er runter geht das dauert so ein bisschen mhm dann nennen wir nochmal den Toast weil der aussieht wie ein Stück Toast so und jetzt kommt nämlich noch das nächste was wir auch noch vergessen haben und zwar geben dir die Krabben am Schluss ja eine Bewertung mhm so jetzt warten wir mal bis die Bewertung kommt alles klar und jetzt kommt das coole du kannst auf die Krabbe drauf drücken und siehst dann ah welche Krabbe die Vorliebe von deiner was bevorzugt und das ist der netten Ergel der Mexikaner hehehe geil okay so weit so gut du hast wunderbar geworfen Herr und jetzt schauen wir mal es gibt nämlich noch Kostüme ah Pilot okay und für die brauchst du aber hier das Zeug ah ja und dem haben wir sogar genug und je nachdem was du holst kriegen die Fische auch bessere Eigenschaften das ist nämlich jetzt der Witz das sind sozusagen die Upgrades dann genau Schicker Olympus aha Afro Olympus Piratrakete nicht genug Kristalle äh gibt es irgendwas wo ich schon genug Kristalle habe nein gibt es nicht das heißt wir drücken auf die Krabbe und gehen nochmal zu ach Gott wie geht man da nochmal zurück genau wir versuchen einfach mal ein paar Kristalle zu sammeln auf die Schnelle dass wir noch ein Kostüm vorstellen können jetzt wollte ich das mit dem Boost zeigen aber scheiße war es so alles klar die Brüder musst du ziemlich flach werfen okay damit die acht viele Hüpfer kriegen so jetzt nehmen wir noch der Erol das heißt es kann auch sein dass jetzt eine Krabbe die Vordäne liebe Ehre für die Anzahl der Hüpfer hat und dass du dadurch dann eine bessere Bewertung insgesamt kriegst ja so verschiedene Levels gibt es tatsächlich nicht sondern es ändert sich nur das Wetter das wollten wir ja auch noch wissen und ja genau hier sind die Punkte die wir noch machen müssen schauen wir mal schnell okay wirf Mirko weiter als 180 Meter in einem Wurf wer ist der Mirko der dort das sollten wir ja schaffen mit dem alles klar und dadurch dass wir das jetzt cold haben wenn wir die Runde beendet haben sollte man auch neue Kristalle kriegen und dann im Bestfall auch ein Kostüm freischalten können Juhu Kiste auswählen ich nehme die links und bekomme ein Kristallpaket da kommt immer zu weit ja wenn der aber sein Kostüm hat passiert das nicht mehr das ist auch der Witz also du kannst schon einiges aus dieser App rausholen das ist echt faszinierend na lass mal noch ein bisschen springen da na wie das ich drehe boi hopp geh unten jetzt so nicht schlecht wichtig nicht schlecht der Spest schau mal jetzt ne ich hab noch ein gelbes ja ich brauche dringend noch gelb gelb brauchst immer gelb ne blaues noch scheiße schade ich hab gedacht wir könnten es jetzt direkt irgendwie vorstellen oh gut der muss jetzt erstmal insgesamt 50 mal hüpfen das dauert wohl zu lange aber es gibt wirklich einen Haufen Kostüme und ja die machen die Eigenschaften besser das wollte man nochmal erwähnen und ich denke das war es dann mit unserer kleinen Korrektur und jetzt nochmal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Appcheck bis dann Leute Bito Bis dann e